All the best, in Galakom.de, München 2018. Unterwegs mit dem Filmbike, ohne Grenzen für mehr Mensch. Dank dem innovativen Seniorenpflegemanager, bekannt aus der alten Messe in Lundberg, 2011. Und dem Bikemanager, Herrn Treuer aus Ulstland. Und nun zum Originalbike. Auch ein Rennrad. Unterwegs für den Charity-Film, Win for Charity. Prävention ist wichtig. Unterwegs für den Charity-Film, Win for Charity-Film, Win for Charity.